Und das ist eigentlich, ich bin der Frage, natürlich zu sein, unsere Natur zu erkennen. Und die Dinge im Leben, die wirklich die besten Dinge im Leben sind, sind keine Dinge. Das ist wirklich unsere Natur. Das ist das Verständnis, das wir zu anderen bringen. Unser Frieden, das ist kein Ding. Es ist ein neues Bewusstwerden, das zu sein einfach. Einfach zu sein. Liebe zu sein. Und wir haben die Fähigkeit zu erschaffen. Weil das ist wirklich kein Ding, wirklich das zu lernen erstmal, sich darüber bewusst zu werden. Es ist wirklich ein neues Bewusstsein, es ist kein Ding. Und das möchte ich Ihnen ja vorstellen. Gucken Sie sich mal ein paar andere Videos an. Die erste Spielliste, Videos, wo ich darüber rede, die Idee, dass das Leben ist eine Schule. Und wir alle lernen in dieser Schule. Aber wie lernen wir und was lernen wir und wie können wir lernen, was auch immer wir lernen wollen. Wie gesagt, das Leben ist eine Schule. Aber auch, und das ist die zweite Spielliste, das Leben ist eine Party. Und das ist eine Sache, wirklich der inneren Kreativität, der inneren Liebe Ausdruck zu geben. Wirklich Freude zu zeigen. Froh zu sein. Bedarf es wenig, doch wer froh ist, ist dein König. KeinDing.com ist die Webseite. Und ja, die besten Dinge im Leben wirklich sind kein Ding. Bis zum nächsten Mal.